Stellen Sie sich eine Welt vor, wo Sie 900.000 Pfund hochheben können. Stellen Sie sich eine Welt vor, wo es Seen mit flüssigem, natürlichem Gas gibt. Stellen Sie sich eine Welt vor, wo ein einzelner Vulkan größer als alle Vulkane auf der Erde ist. Stellen Sie sich die Monde unseres Sonnensystems vor. Einst dachten wir, dass die neun Planeten die ultimativen Zielorte wären. Aber als wir sie schließlich besuchten, waren wir von dem, was vor ihrer Haustüre lag, fasziniert. Von den Monden. Von 95 unterschiedlichen Welten wissen wir, dass sie die wahrhaft exotischen Orte im Sonnensystem sind. Monde, wo Geysire so hoch wie der Mount Everest hochschießen. Wo eine einzige Klippe achtmal tiefer als der Grand Canyon ist. Und wo man nur die Arme ausbreiten braucht, um zu fliegen. Monde, wo sie den ersten Ozean mit Wasser außerhalb der Erde erforschen können. Sie können an dem Platz im Sonnensystem, wo es am wahrscheinlichsten Leben gibt, auf Spurensuche gehen. Halten Sie sich also bereit für einen ganz besonderen Ausflug, bei dem wir die Monde erforschen und uns auf die Suche nach Leben begeben. 95 Welten und kein Ende. Neptun. Eine Gaskugel, 60 Mal größer als die Erde. Wie die anderen Gasriesen hat Neptun keine Oberfläche, um dort zu landen. Wenn wir dort etwas erforschen wollen, müssen wir uns die Monde ansehen. Hier, etwa 4,8 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt, befindet sich der kälteste Mond. Mit fast minus 240 Grad Celsius liegt die Temperatur fast am absoluten Nullpunkt. Die Temperatur, wo alles zum Stillstand kommt. Wenn irgendein Mond eine gefrorene Eiskugel ist, dann dieser. Doch es ist eine aktive, dynamische Welt. Man könnte fast sagen, eine Welt in einer Art Rauschzustand. Willkommen auf Triton. Triton ist der größte Mond Neptuns. Er befindet sich am äußersten Rand des Sonnensystems mit extremen Bedingungen, einer exotischen Zusammensetzung und bizarren geologischen Prozessen. Triton ist eine völlig surreale Welt. Auf dem kältesten Mond im Sonnensystem gibt es Geysire und Vulkane, die gefrorene Oberfläche lebt. Er stellt ein höchst dramatisches vulkanisches Gebiet im Sonnensystem zur Schau, was erstaunlich klingen mag, vielleicht wegen Eiskugel und Vulkanismus. Das scheint nicht zusammenzupassen, aber Tritons Vulkanismus funktioniert mit geschmolzenem Eis. Hier auf Triton gibt es die ersten Eisvulkane, die je entdeckt wurden. Die Vulkane haben ihren Ursprung ganz tief unten, wo Tritons schwache, innere Hitze Eis in Flüssigkeit verwandelt. Die Flüssigkeit steigt an die Oberfläche und es kommt zu einem explosiven Ausbruch, der auf den Mond niederregnet. Keine geschmolzene Erde, sondern geschmolzenes Eis. Die kalte, matschige Lava formt eine fantastische Eislandschaft. Noch unwirklicher als die Eisvulkane sind Tritons mächtige Geysire. Auf der Erde stoßen Geysire kochendes Wasser aus. Auf Triton spucken sie kochenden Stickstoff. Das scheint bizarr, aber der Siedepunkt von Stickstoff liegt bei minus 196 Grad. Das ist so kalt, dass alles, was wir kennen, wie Glas zerspringt und doch so flüchtig, dass die höchsten Geysire, die das Sonnensystem je gesehen hat, entstehen. Auf Triton würden wir uns den Bedingungen hier entsprechend einen unter Druck stehenden und geheizten Weltraumanzug wünschen. Wäre man dumm genug, das Raumfahrzeug ohne Raumanzug zu verlassen, würde der Kopf in etwa drei Sekunden flach wie eine Scheibe sein und man würde auf minus 230 Grad gefrieren. Der Körper wäre so hart wie Stahl. Auf der Oberfläche würde man ein Zwölftel der Schwerkraft der Erde erfahren. Also würden wir uns sehr leicht und elastisch fühlen. Wir könnten zum Beispiel zwölfmal höher als auf der Erde sprengen. Und für die wirklich Mutigen gäbe es einen neuen Sport. Geysir-Tauchen. Es dürfte recht interessant sein, in diese Löcher hinabzusteigen, wenn man sich traut. Das mit Überschall nach außen rauschende Gas würde unterschiedlichste Echos erzeugen. Man könnte in einem Becken mit flüssigem, kochendem Stickstoff enden. Wenn Stickstoff kocht, entsteht Dampf, dessen Volumen sich um das Hundertjahr sogar das Tausendfache ausdehnt. Enormer Druck baut sich auf, bis der Geysir endlich losgeht. Der Ausbruch ist zehnmal so gewaltig wie bei Geysiren auf der Erde. Erreicht der Geysir eine Höhe von 8000 Metern, etwa so hoch wie der Mount Everest, ist er wegen des Kohlenstoffs ganz dunkel und wird von Tritons Höhenwinden im rechten Winkel abgelenkt. Man könnte denken, dass dieser Mond Schornsteine hat. Einst dachten Wissenschaftler, dass die äußeren Monde kalt, tot und langweilig sind. Heute wissen wir, dass man selbst 4,8 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt, im Schatten von Neptun, auf eine wunderbare aktive Welt treffen kann. Wenn schon der kälteste Mond eine solche Aktivität zeigt, was ist dann erst auf anderen Monden los? Um Jupiter kreist der heißeste Mond im Sonnensystem. Wissenschaftler dachten einst, dass es gute 800 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt kaum Wärme geben kann. Aber hier ist es die Schwerkraft Jupiters und seiner anderen Monde, die diese Welt zusammendrücken, biegen und verdrehen, bis sie so heiß wie ein Hochofen ist. Dies ist eine Welt, die geschmolzenes Gestein und giftiges Gas ausstößt. Eine Welt, so heiß, dass sie vor unseren Augen schmilzt. Dies ist Io. Eine Reise in die Hölle. Die Oberfläche von Io ist für Menschen ohne Schutz ein außergewöhnlich lebensfeindlicher Platz. Das erste Problem wäre, dass es keine Atmosphäre gibt, in der man atmen kann. Und es besteht stets die Gefahr, in einen gewaltigen Vulkanausbruch zu geraten. Wir werden Ios Hölle die Stirn bieten und einige seiner 300 aktiven Vulkane besuchen. Die Sehenswürdigkeit Nummer eins ist Prometheus. Ständig aktiv, mit einer 80 Kilometer hohen Säule an Giftgasen. Das ist Loki, der größte Vulkan im Sonnensystem. Wissenschaftler verstehen seine Struktur bis heute nicht, aber er erzeugt mehr Hitze als alle Vulkane auf der Erde zusammen. Und Amerani, 480 Kilometer an fließender Lava. Der längste Lavastrom im Sonnensystem. Io produziert 45.000 Tonnen Lava pro Sekunde. Damit könnte man jedes Jahr alle Kontinente der Erde überziehen. Es ist heiße, flüssige, schnell fließende Lava. Die Lava auf Io würde wie Olivenöl fließen und man hätte keine Chance, vor ihr wegzulaufen. Möglicherweise könnte man ihr auf einem Fahrrad entkommen, wenn man schnell genug ist. Mit einem Mountainbike könnte man eine unvergessliche Tour machen. Denn Io hat Berge doppelt so hoch wie der Mount Everest. Abseits der Vulkane bräuchte man warme Kleidung. Auf Io herrschen Temperaturen von etwa minus 130 Grad und es gibt jede Menge Schnee. In der Nähe eines Lavastroms würde man auf der einen Seite verbrennen und auf der anderen erfrieren. Wo die heiße Lava auf kalten Schnee trifft, könnte man eine riesige Schwade sehen, die 400 Kilometer ins kalte, dunkle All hochschießt. Kühlt die Schwade ab, fällt sie als Schwefelschnee auf die Oberfläche zurück. Der Schwefel ändert die Farbe, je nach Temperatur und Verschmutzungsgrad. Io zeigt die Farben rot, braun, gelb und sogar grün. Er muss außerordentlich schön sein. Auf der geschmolzenen Welt von Io würde man bestimmt die Lava untersuchen wollen, die herausfließt und abkühlt. Und genau das machen diese Wissenschaftler hier auf dem Vulkan Kilauea auf Hawaii. Und wenn möglich, würde man unbedingt ein Thermometer direkt in den Lavastrom stecken wollen. Rund 1150 Grad Celsius. Das ist eine typische Temperatur hier auf Hawaii. Aber auf Io gehen wir davon aus, dass die Lava etwa 260 Grad heißer ist. Und das gibt es auf der Erde schon seit Jahrmilliarden nicht mehr. Io hat die heißeste Lava im Sonnensystem. Über 1400 Grad. Diese Temperatur gab es auf der Erde vor drei Milliarden Jahren. Als unser Planet im Vergleich zu heute mit mindestens der vierfachen Menge an Lava bedeckt war. Io bietet uns die Chance, in die Vergangenheit zurückzugehen und uns Lavaströme anzuschauen, die es auf der Erde längst nicht mehr gibt. Das ist wie Jurassic Park für Vulkanologen. Wir würden Io gerne besuchen, aber die Risiken sind enorm. Nicht nur wegen der Vulkane. Jupiter überschüttet seine Monde mit einer Strahlung, die 4000 Mal so hoch wie die tödliche Dosis ist. Doch Wissenschaftler könnten für uns ein sicheres Zuhause gefunden haben. Unter der Erde. Das Haupthindernis für einen Aufenthalt von Menschen auf Io ist die hohe Strahlung. Und wahrscheinlich wäre das Beste, was wir tun könnten, einen unterirdischen Unterschlupf zu suchen. Vielleicht so etwas wie dieses. Eine Lavaröhre. Io dürfte mit Lavaröhren übersät sein. Hauptsächlich mit alten Röhren seiner schlafenden Vulkane. Und das Gestein darüber würde als Strahlungsschild fungieren. Um möglichst wenig Strahlung abzubekommen, würden wir nur für kurze Ausflüge herauskommen. Wer dann nach oben schaut, könnte das großartigste Lichtspektakel im Sonnensystem erleben. Wenn ich an einem Lavastrom auf Io stehen und zum Himmel hinaufschauen könnte, würde ich die glimmernden Vulkangase sehen. Sehr ähnlich dem Polarlicht auf der Erde. Das wäre wirklich spektakulär. Dieses Lichtschauspiel entsteht, wenn Schwefeldioxid aus den Vulkanen auf geladene Teilchen von Jupiter trifft. Gas und Elektrizität reagieren und erzeugen ein gigantisches Neonlicht. Und das zeigt wieder einmal, dass die 95 Monde zu den exotischsten Orten im Sonnensystem gehören. Die 95 Monde verleihen dem Begriff Extremsport eine neue Bedeutung. Man könnte sagen, dass Alan Shepard der Pionier war, der 1971 in der ultimativen Sandfalle landete. Mit einem Schwung schlug er einen Golfball über 180 Meter. Natürlich hätte Tiger Woods den Ball gute eineinhalb Kilometer schlagen können. Doch nun lassen wir unsere Fantasie spielen, was den Sport auf Monden angeht. Stellen Sie sich Snowboarden auf Saturns Enceladus vor, wo Eisvulkane den besten Pulverschnee im Sonnensystem produzieren und die Abhänge eine unvergessliche Sicht auf Saturns Ringe bieten. Stellen Sie sich eine Jet-Ski-Fahrt auf dem Saturnmond Titan vor. Es ist nicht nötig, Treibstoff mitzunehmen, denn der See besteht aus flüssigem Naturgas. Ganz klar, wenn es Sauerstoff gäbe, wäre Rauchen verboten. Der See würde sofort in Flammen stehen. Stellen Sie sich vor, sich von einer Klippe auf dem Uranusmond Miranda abzuseilen. Aus einer Höhe von fast 13 Kilometern, achtmal so tief wie der Grand Canyon. Wenn das Seil reißt, würde es ganze neun Minuten dauern, bis man unten aufkommt. Stellen Sie sich eine Tauchgang auf Jupiters Mond Europa vor. Im ersten Ozean auf einem Planeten außerhalb der Erde. Halten Sie die Augen nach fremden Lebewesen offen. Immerhin am Leben, wie wir es kennen, in einem Ozean seinen Anfang. Sport auf Monden mag uns wie Science Fiction erscheinen, aber es gibt bereits Pläne, einen solchen Spielplatz zu besuchen. Den Mond Phobos. Die nächste Welt, auf der Menschen landen dürften, ist nicht die, an die sie denken. Wenn sich Menschen zum Mars aufmachen, dann wahrscheinlich zu einem seiner zwei Monde. Zum winzigen Deimos. Oder dem etwas größeren Phobos. Wegen Phobos Größe und seiner geringeren Schwerkraft ist ein Besuch dort billiger und sicherer als auf dem Mars. Dieser Mond, etwa zweimal so groß wie Hamburg und geformt wie eine Kartoffel, könnte unser nächstes Ziel sein. Phobos ist eine der kleinsten Monde und ein wahres Leichtgewicht. Die Oberflächengravitation ist nicht einmal ein Tausendstel der der Erde. Und das bedeutet, dass ein Mensch auf Phobos nur so schwer wäre wie eine Maus auf der Erde. Mit einem Gewicht von nur etwa 30 Gramm würden wir nicht gehen, sondern schweben. Aber man muss vorsichtig sein. Es gibt eine feine Staubschicht, knapp einen Meter dick. Stößt man dagegen, ist nichts mehr zu sehen. Phobos ist ein schmutziger Ort. Der Boden ist so schwarz wie Kohle. Dieser Boden entstand, als Phobos jahrelang von Meteoriten bombardiert wurde. Das Oberflächengestein zerfiel und dieser puderige Boden blieb zurück. Wenn wir nicht aufpassen, können wir dieses Zeug aufrühren und das bedeutet eine richtige Sauerei. Wenn wir über kleine, spitze Krater treiben, ändern sich die Schatten schnell, da die Sonne alle acht Stunden auf und unter geht. Mit der Dunkelheit fällt die Temperatur um 100 Grad auf eisige 110 Grad Celsius unter Null. Wegen der sehr geringen Schwerkraft auf Phobos sind einige ziemlich extreme Sportarten möglich. Selbst ein durchschnittlicher Pitcher könnte einen Ball ohne große Anstrengung in die Umlaufbahn von Phobos werfen. Nach etwa 20 Minuten, nach einer kompletten Umlaufbahn, dürfte der Ball von der anderen Seite des Mondes wieder zurückkommen. Baseball wäre wirklich interessant. Und nicht nur Baseball. Stellen Sie sich eine Olympiade auf Phobos vor. Der beste Gewichtheber kann über 900.000 Pfund reißen. Das Gewicht eines beladenen Jumbo-Jets. Ein Turner kann 3000 Salty schlagen und erst nach 25 Minuten wieder den Boden berühren. Ein Hochspringer kann 1,5 Kilometer in den Weltraum springen. Der Goldmedaillengewinner würde in den Orbit fliegen und ein weiterer Mond werden. Nach den Spielen würde man die merkwürdigen parallel verlaufenden Furchen erforschen, ihren Ursprung und ihre Rätsel. Alle Touristen würden den riesigen Stickney-Krater besuchen, der 11 Kilometer breit ist. Würde man den Krater maßstabsgetreu auf die Erde setzen, wäre er größer als Amerika. Dieses klaffende Loch am Meteor-Krater in Arizona ist im Vergleich dazu nichts. Dieser Krater auf Phobos ist enorm. Dort zu stehen muss ein beeindruckender Anblick sein. Er ist 11 Kilometer breit. Ich bin nicht einmal sicher, ob das Auge ihn erfassen könnte. Der Krater wurde auf der Westseite von Phobos aufgerissen, als ein kleiner Asteroid, vielleicht die doppelte Größe eines Fußballfeldes, mit rund 20.000 Stundenkilometer in Phobos krachte. Phobos ist ein hartes Kerlchen. Wäre der Einschlag nur ein wenig größer gewesen, gäbe es Phobos nicht mehr. Nur ein wenig größer und der Einschlag hätte den Mond zerrissen. Stattdessen verursachte der Zusammenstoß eine gewaltige Druckwelle, die das Innere wie ein Mixer aufrührte. Eine riesige Druckwelle fegte in etwa 10 Sekunden durch den kleinen Mond und erschütterte sein Inneres. Auch wenn Phobos vor dem Einschlag aus dichtem Fels bestanden hätte, danach wäre er komplett durchlöchert gewesen. Im Innern von Phobos entstanden viele Hohlräume und Sprünge, aus denen heute, wenn man so will, kleine Höhlen geworden sein könnten. Durchzogen von Höhlen bietet sich auf Phobos eine andere Extremsportart an. Höhlen tauchen. Die Höhlen könnten als Unterkünfte dienen, die Besucher vor Meteor stürmen und tödlicher kosmischer Strahlung schützen. Draußen könnten wir Mars sehen, der sich am Himmel abzeichnet, nur gute 6000 Kilometer entfernt. Nicht weiter als die Strecke New York-London. Phobos könnte man sich als Weltraumstation um Mars vorstellen. Nach einem Ausflug zum Roten Planeten würde man wieder in ein sicheres Zuhause zurückkehren, weit ab von den Staubstürmen auf Mars. Vielleicht erleben wir es noch, dass Menschen vom kleinen Mond Phobos aus auf Mars spähen. Es gibt etwas, was auf allen Monden zu finden ist. Krater. Vom pockennarbigen Erdmond bis hin zum Jupitermond Callisto, das am stärksten ramponierte Objekt im Sonnensystem. Da die meisten unserer 95 Monde keine schützende Atmosphäre haben, sind sie quasi die Schießbuden im Sonnensystem. Hier im Ames Research Center der NASA werden Krater mit einem riesigen, sechs Meter langen Gewehr erzeugt. So ein Gewehr gibt es nur einmal auf der Welt. Es gehört zu den schnellsten. Dieses Gewehr kann etwas mit der 20-fachen Schallgeschwindigkeit abfeuern, mit fast 6,5 Kilometer pro Sekunde, wenn Sie sich das vorstellen können. Dieses kleine Projektil werden wir abfeuern und es wird ganz schön einschlagen. Wenn dieses Ding trifft, bleibt nichts übrig und genau das wollen wir simulieren. Das soll einen Mini-Asteroiden darstellen, der mit dem Mond kollidiert. Peter Schulz will eine Kratergeburt aufzeichnen. Er kann den Winkel des Gewehrs ändern und auf verschiedene Materialien schießen. Heute wählt er einen niedrigen Winkel, um eine Reihe seltsamer Krater auf dem Mars zu entschlüsseln. Er wird auf einen Metallblock schießen. Auf dem Mars gibt es diese länglichen Krater. Sie können nur bei einem außerordentlich niedrigen Winkel entstanden sein. Sie weisen sehr wahrscheinlich darauf hin, dass es Trümmer aus der Umlaufbahn waren und das sind Spuren von denen, die auf dem Mars eingeschlagen sind. Schulz glaubt, dass diese länglichen Krater Bremsspuren von etwa 200 Monden sind, die aus dem Mars-Orbit rutschten. Mars ist ein Mond-Zerstörer. Es ist besser, Phobos bald zu besuchen, denn er ist im Untergang geweiht. In den nächsten 40 Millionen Jahren wird dieser winzige Mond das Schicksal der anderen 200 Teilen und auf den Mars stürzen. Schulz wird nun versuchen, mit einer kleinen Glaskugel einen riesigen Krater auf unserem Mond zu erzeugen. Er probiert verschiedene Winkel. Nur einer, ein Glanzwinkel, erzeugt den Krater, ohne die Kugel zu zerstören. Dieser Bruch ist dem Südpol-Eitken-Becken, dem größten Schlagkrater im Sonnensystem, sehr ähnlich. Er ist so groß, dass er 15 Prozent der Mondoberfläche einnimmt. Wäre der Winkel nur ein paar Grad anders gewesen, gäbe es unseren Mond nicht. Wahrscheinlich gehören alle Monde zu den Glücklichen, die diesen letzten großen Einschlag überlebt haben. Schaut man sich jeden einzelnen Mond an, erkennt man die großen Einschlagbecken auf ihn. Wären die Einschläge ein wenig größer gewesen oder wären die Monde direkter getroffen worden, wären sie zerschellt. Einst gab es Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Monden in unserem Sonnensystem. Unsere 95 Welten sind die Glücklichen, die überlebt haben. Kolumbus brauchte fast drei Monate, um in die neue Welt zu segeln. Die Reise über 400.000 Kilometer zu unserem Mond dauerte nur drei Tage. Wir hatten eine relativ primitive Technologie, wie Computer mit weniger Leistung als die heutigen Taschenrechner. Aber damals gab es eine kurze Erforschungseuphorie und wir bewiesen, dass wir das Know-how haben, andere Welten zu besuchen. Apollo-17-Astronaut Gene Cern. Du kommst dorthin und plötzlich bist du so dicht dran, dass die Triebwerke diesen ganzen Staub aufrühren. Vielleicht war das der ruhigste Moment in meinem ganzen Leben. Als dann von jetzt auf gleich der ganze Lärm stoppte, wie wir auf der Mondoberfläche landeten, hinausschauten und es war still und ruhig. Wir waren auf einer anderen Welt. Wir blickten auf etwas, was noch kein Mensch seit Anbeginn der Zeit gesehen hatte. Cernan ist einer von nur zwölf Menschen, die je eine andere Welt betraten. Was er fand, war eine öde, fremdartige Landschaft ohne Luft. Zu realisieren, dass man im Sonnenlicht steht und drumherum das schwärzeste Schwarz, das man sich vorstellen kann. Und inmitten dieser Schwerze sitzt die Erde. Nun, auf der Erde ist das ein Paradoxon. Von Sonnenlicht und gleichzeitig von Dunkelheit umgeben. Bei nur einem Sechstel der Schwerkraft haben die Astronauten zu kämpfen. Bis sie eine ganz neue Art der Fortbewegung entdeckten. Irgendwie sagte der Computer, dass es keinen Sinn macht, von einer Stelle zur anderen zu gehen, also hüpften wir. Ich würde die Abhänge dieser Berge hinunterhopsen wie ein kleines Kind. Wir gewöhnten uns an das Hüpfen. Es machte einfach keinen Sinn zu gehen. Die Astronauten sammeln sehr alte Gesteinsproben. Einige sind viereinhalb Milliarden Jahre alt. Sie sind merkwürdig trocken, so als ob man einen Stein von der Erde nehmen und ihn rösten würde, bis alles Wasser verdampft ist. Im Schutz der Mondlandefähre untersucht Sörnen diese gerösteten Steine. Eine Sache, die mir sofort auffiel, war, dass sie wie Schießpulver rochen, wie wenn man eine Schrotflinte oder ein Gewehr abgefeuert hätte. Sehr vertraut. Die Zusammensetzung dieser Steine führt zu einer kühnen Theorie. Unser Mond wurde aus unserer Erde geboren. Wissenschaftler glauben heute, dass vor viereinhalb Milliarden Jahren ein Objekt in Marsgröße in die Erde krachte und unermessliche Energien freisetzte. Die Kollision schleudert über 70 Billionen Tonnen Felsen in den Weltraum. Die Trümmer verbanden sich zu einer feurigen Welt. Es entstand trockenes Gestein, Vulkane und Ozeane voller Lava. Schließlich kühlte der Mond ab und verbarg alle Spuren seiner verheerenden Geburt. Auf dieser überwältigend grauen Welt entdeckt Sörnen orangefarbenes Gestein. Ich habe es mit den Füßen freigelegt. Da ist es. Ich kann es sehen. Es ist orange. Toll! Sörnen wird rechtzeitig zurückgebracht. Das Gestein besteht aus vulkanischen Kügelchen, die fast vier Milliarden Jahre alt sind. Die Überbleibsel einer uralten vulkanischen Feuerfontäne. Das Gestein zeugt davon, dass die scheinbar tote Welt eine heiße Geburt hatte. Am 14. Dezember 1972 verließ Gene Sörnen den Mond. Der letzte Mensch, der je eine andere Welt besucht hatte. Amerikas Herausforderung von heute trägt dazu bei, das Schicksal der Menschheit von morgen zu suchen. Seine Reise ist Beweis dafür, dass wir die Technologie und den Mut haben, die Monde zu besuchen. Und wenn wir zum Mond gelangen konnten, mit einer Technologie, die nun 30 Jahre alt ist, dann stellen sie sich vor, wo wir als nächstes hinreisen könnten. Saturn. Eine riesige Gaskugel, 800 Mal größer als die Erde, eingehüllt von seinen hoheitsvollen Ringen. Die Ringe sind wahrscheinlich ein Mondfriedhof. Millionen von Bruchstücken, die Reste von zerstörten Monden. Und etwa 1,3 Millionen Kilometer hinter den Ringen kreist der größte von Saturns Monden. Tetan. Er ist von kilometerdickem Dunst umgeben. Eine unvorstellbar nebelige Atmosphäre. Die Oberfläche von Titan hat noch niemand gesehen. Aber laut Infrarotuntersuchungen ist unter der Atmosphäre eine Welt zu finden, die seltsam vertraut erscheint. Rund 1,5 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt, gibt es einen Mond, der wie unser Zuhause aussieht. Willkommen auf Titan, dem kältesten Mond im Sonnensystem. Erdseen, Gebirge und Ozeane. Titan mag, wie die Erde aussehen, aber die Seen bestehen aus flüssigem, natürlichem Gas. Eisige, 150 Grad unter Null. Es ist so kalt, dass die Haut gefriert und abfällt. Doch mit dem richtigen Anzug könnte man viel Spaß haben. Schwimmen auf einer Welt, wo die Schwerkraft nur ein Siebtel der der Erde beträgt. Auf Titan zu schwimmen ist toll, weil man wegen der geringen Schwerkraft wie ein Delfin steil aus dem Wasser schnellen kann. Stellen Sie sich vor, wie ein Delfin in einem See mit entflammbarem Naturgas zu schwimmen. 1,5 Milliarden Kilometer weg von der Erde. Aber man könnte nichts sehen. Eine Möglichkeit, Titan zu erforschen, wäre per Ballon. Denn im Gegensatz zu allen anderen Monden im Sonnensystem hat Titan eine dicke Atmosphäre und deshalb kann man dort fliegen. Eine Atmosphäre bedeutet, dass Titan einen Himmel, Wolken, Winde, Wetter und Luft hat, in der man treiben kann. Tatsächlich hat die NASA bereits einen Ballonentwurf und es gibt Pläne für ein Flugzeug und sogar einen Hubschrauber. Schon in 50 Jahren könnte ein Ballon auf einer anderen Welt treiben. Aber auf Titan wäre der absolute Traumflug möglich. Titans Luft ist so dick und die Schwerkraft so gering, dass Menschen nur kleine Flügel bräuchten, um fliegen zu können. Von einem Flügelpaar mit einer Spannweite von etwa drei Metern und durch unsere Muskelkraft angetrieben, können wir wie ein Vogel gleiten. Wir können auf Wolken aus natürlichem Gas klettern. Werden die Wolken zu schwer, kommt es zu einem Schauer. Doch auf Titan regnet es kein Wasser, es regnet Treibstoff. Die Tropfen, doppelt so groß wie auf der Erde, fallen wie Schnee. Der seltsame Regen erodiert die Landschaft. Es entsteht ein Spiegelbild der Erde mit Tälern und Bergen und die Seen füllen sich mit einer explosiven Mischung. Gäbe es auf Titan Sauerstoff und würde man ein Zündholz anmachen, würde das Feuer den gesamten Mond erfassen. Ein ohrenbetäubender Krach. Es gibt genug Treibstoff, um die Erde 50 Millionen Jahre lang in Flammen aufgehen zu lassen. Es gibt genug Treibstoff, um die Erde 51 bis dr Mund auf Zahlen in Flammen geändert zu werden. Zur Erforschung der 95 Monde unseres Sonnensystems ist richtige Kleidung nötig. Hier im Johnson Space Center der NASA werden die Astronauten der Zukunft eingekleidet. Das ist der sogenannte Mark III-Raumanzug. Sehr wahrscheinlich wird man etwas Ähnliches irgendwann auf der Mondoberfläche oder anderen Welten sehen können. Das Wichtigste bei einem Weltraumanzug ist, dass er absolut dicht ist. Für das Vakuum im Weltraum brauchen wir Luftdruck, sonst verkochen die Körperflüssigkeiten und wir werden gefriergetrocknet. Der Anzug ist wie ein großer Ballon, der dich umgibt. Du kannst dich damit bewegen und alle Gase bleiben im Innern, in diesem Fall Sauerstoff, damit du atmen kannst. Hätte man keinen solchen Anzug, würden die Körperflüssigkeiten wegzischen wie beim Öffnen einer Sprudeldose. Und das würde mir ganz und gar nicht gefallen. Auf dem Mond werden wir beweglich sein müssen. Mithilfe von Kugellagern kann unsere Flexibilität imitiert werden. Kevlar, das gleiche Material wie bei kugelsicheren Westen, verstärkt den Anzug, um ihn gegen tödliche Risse zu schützen. Durch die Bewegung kann der Körper genug Wärme erzeugen, aber sie darf nicht entweichen. Wir benutzen eine sogenannte mehrschichtige Isolierung. Eine Lage Mylar, dann eine Lage Vakuum, wieder eine Lage Mylar und wieder Vakuum. Fünf Lagen. Das Ganze funktioniert wie bei einer Thermoskanne und das isoliert sehr gut. Mit einem Anzug, der nach diesen Prinzipien aufgebaut ist, könnten wir uns auf den meisten der 95 Monde aufhalten. Doch Jupiters Monde stellen eine enorme Herausforderung dar. Jupiter ist ein nuklearer Hochofen, der diese Welten mit einer tödlichen Strahlendosis überschwemmt. Wir wollen einen Weg finden, hier zu überleben, weil einer seiner Monde den ersten Ozean und das erste außerirdische Leben beherbergen könnte. 95 Monde. Jeder mit einer merkwürdigen Oberfläche, die wir erforschen wollen. Aber im Schatten Jupiters gibt es eine Welt, die etwas Besonderes bietet. Die Möglichkeit von Leben. Dieser Mond ist ein kleiner, eisiger Außenposten namens Europa. Unsere Sonne ist etwa 800 Millionen Kilometer entfernt. Also gelangt kaum Wärme dorthin. Europa ist unvorstellbar kalt und trostlos. Die Oberfläche ist der letzte Platz, wo man Leben suchen würde. Doch unter dem Eis könnte sich der erste außerirdische Ozean befinden. Der erste neue Ozean, seit der Abenteurer Balboa 1513 den Pazifik entdeckte. Ich denke, die größte Überraschung wäre, wenn ein Mond einen Ozean haben könnte, einen richtigen Ozean, in dem Lebewesen existieren könnten. Das ist wirklich irre. Wenn ich auf einen von beiden wetten müsste, würde ich sagen, das Leben auf Europa wahrscheinlicher ist als auf Mars. Ich denke, auf Europa zu stehen wäre für mich eine der tiefgründigsten Erfahrungen meines Lebens. Es könnte ein Ort sein, wo unter unseren Füßen Leben ist. Europa zu besuchen wird schwierig. Jupiter gibt eine teuflische Strahlung ab, die alle Lebewesen wie in einer Mikrowelle kocht. Und die Temperaturen liegen bei minus 120 Grad Celsius. Zur Erforschung Europas ist so etwas wie ein Panzer nötig. Dieses spezielle Gefährt zur Erforschung Europas muss gut abgeschirmt sein, damit ich gegen die Strahlung geschützt bin. Ich brauche eine entsprechende Atmosphäre, viel Sauerstoff zum Atmen, CO2-Filter, um die ausgeatmete Luft zu reinigen. Außerdem ist ein ordentlicher Treibstoffvorrat notwendig, damit ich es warm habe und diesen erstaunlichen Ort richtig erforschen kann. Auf Europa ist es ganz schön holprig. Es gibt Berge, die sind 100 Meter hoch und bilden eine aufragende Wand und am Fuße blockieren Eisblöcke den Weg. Man merkt es vielleicht nicht, aber das ist ein Ozean. Man fährt auf einem gefrorenen Ozean, durch ein Labyrinth an Eis, das so hart wie Beton ist. Es empfiehlt sich, vorsichtig zu fahren, denn unter dem Fahrzeug könnten sich tiefe Gräben auftun. Einige Gräben auf Europa ziehen sich über 1600 Kilometer über die Oberfläche. Ja, einige würden sich von Los Angeles bis nach New York erstrecken. Und wenn sie sich weiter ausdehnen, passiert das mit einer Geschwindigkeit von fast 5 Stundenkilometer, etwa so schnell, wie ein Mensch geht. Europa ist mit Gräben überzogen, die tiefer sind als das Empire State Building. Geht man daran entlang, kann es sein, dass man das Wasser tief unten aufsteigen sieht. Die Gezeitenkräfte Jupiters wirken sich auf Europa aus und verbiegen den gesamten Mond so stark, dass er gedehnt wird. Wenn das passiert, gerät die Oberfläche unter Druck, sie wird kalt und es treten Risse auf. Auf Europa könnte man auf Spalten wie diese treffen, die sich Tag für Tag öffnen und schließen. Every day, day after day. Jupiters Anziehungskraft dehnt und drückt das Innere von diesem Mond zusammen. Dadurch entsteht Energie und das Eis schmilzt. Das Eiswasser bildet einen unterirdischen Ozean und warmes Wasser steigt nach oben. Auf Europa können sie nicht nur den ersten Ozean besuchen, sondern die ersten je entdeckten Eisberge außerhalb der Erde. Wir befinden uns nun auf einer Reise zu einem Ort auf der Erde, der Europa sehr ähnlich ist. Es ist der eisige, gefrorene, arktische Ozean. Alles, was wir auf Europa sehen, hängt damit zusammen, dass es einen Wasserozean unter dem Eis gibt. Und das trifft auch auf diesen Platz zu. Wir sind hier auf einer festen Oberfläche, aber direkt unter uns ist der Ozean. Wissenschaftler kommen in die Arktis, um Hinweise auf die ultimative Frage zu suchen. Gibt es Leben auf Europa? Wenn wir in dieser extremen Umgebung Leben finden können, ist es möglich, auch auf einer anderen Welt Leben zu finden. Der gefrorene arktische Ozean steht für eine extreme Umgebung, in der wir die Grenzen von Leben auf unserem Planeten erforschen und testen können. Und das erlaubt uns, über die Grenzen von Leben anderswo nachzudenken. Oder zumindest, ob Leben anderswo möglich ist. In der eisigen Arktis suchen Jodie Deming und Hajo Icahn nach extremen Lebensformen. Sie bohren Löcher in das Eis. Die Temperatur liegt bei minus 20 Grad, eine Temperatur, bei der noch nie lebende Organismen gefunden wurden. Eine sehr raffinierte Methode, nach Leben in diesen Proben zu suchen, ist es, ein Stück Eis zu nehmen und es in einem kalten Raum unter ein Mikroskop zu legen. Dann muss man das Eisstück mit einem DNA-spezifischen Mittel färben, damit die Bakterien sichtbar werden und dann, voila, da sind sie. Sie schauen hier auf lebende Bakterien, die gefunden wurden, wo eigentlich keine Organismen existieren sollten. Ein Platz, der dem Mond Europa irgendwie ähnlich ist. Um ehrlich zu sein, ich bin nicht überrascht, zu was Mikroorganismen auf diesem Planeten fähig sind. Sie halten wirklich sehr viel mehr aus, als wir je dachten. Wir gehen von bestimmten Annahmen aus, was zu heiß, was zu kalt, was zu sauer ist und so weiter. Aber jedes Mal, wenn wir uns umschauen und die Grenzen weiter und weiter stecken, finden wir Mikroorganismen, die unter diesen Bedingungen putzmunter sind. Wenn Leben in der rauen Arktis gedeiht, ist es möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich, dass Europas Salzwasserozean, geschützt vor der tödlichen Strahlung durch eine Eisschicht, das Zuhause der wichtigsten Entdeckung aller Zeiten ist. In einer solchen Umgebung, wo es Gräben gibt und Wasser nach oben steigt, jeden Tag rauf und runter, könnte ich mir so einige Viecher vorstellen. Es könnten Wesen sein, die sich an den Rändern der Risse aufhalten. Sie müssten ein paar Zentimeter unterhalb sein, um vor der Strahlung sicher zu sein. Doch solange sie nahe genug an der Oberfläche sind, würden sie genug Sonnenlicht für die Photosynthese erhalten. Andere Organismen könnten im Wasser treiben, nur ab und zu nach oben kommen und dann am nächsten Tag wieder abtauchen. Also einfach mit dieser Suppe treiben. Bald dürften wir wissen, ob Europa Leben beherbergt. NASA-Wissenschaftler sind dabei, eine Sonde zu entwerfen, Cryobot genannt, um Europas Ozean zu erforschen. Cryobot wird auf der Oberfläche landen, aber das ist erst der Beginn ihrer erstaunlichen Reise. Angefeuert durch ein nukleares Heizgerät wird sie in das Eis hinabsteigen. Wenn sie sich pro Tag durch 23 Meter schmilzt, dürfte sie sechs Monate durch das dicke Eis brauchen. Ähnlich wie in einem James-Bond-Film wird die Cryobot-Sonde eine Art Mini-U-Boot freisetzen. Dieses ist mit einer ferngesteuerten Kamera ausgestattet und wird in einen Ozean abtauchen, der größer als alle Ozeane der Erde zusammen ist. Cryobot ist keine Science-Fiction. Die Sonde ist ein aktuelles NASA-Forschungsprojekt. Und innerhalb der nächsten 50 Jahre dürften wir mit einem U-Boot nach Leben auf einer anderen Welt suchen. Wenn ich mit meinen Freunden über die Jagd nach Leben auf anderen Planeten rede, stellen sie sich immer Klingonen oder sowas vor. Ich wäre schon mit Schleimpilzen zufrieden. Das wäre eine der großartigsten Entdeckungen der Menschheit. Es ist eine organische Suppe, die über viereinhalb Milliarden Jahre vor sich hingekocht hat. Die gleiche Suppe kochte auf der Erde nicht einmal eine Milliarde Jahre und es entstand Leben. Ich würde sagen, die Chancen, dass etwas Interessantes auf Europa vor sich geht, stehen ziemlich gut. Wir sind inmitten eines Umbruchs. Einst hielt man die Monde für tot und langweilig. Heute weiß man, dass sie die exotischsten Plätze im Sonnensystem sind. Jetzt sind es die Monde, die uns einladen. Im Jahre 2005 wurden 20 neue Monde gefunden. Eines der größten Entdeckungsjahre für Monde. Und es gibt Hinweise, dass mindestens zwei weitere Monde Jupiters ebenfalls Ozeane haben und damit vielleicht auch Leben beherbergen. Wo ist unser nächstes Ziel? Wir haben die Wahl zwischen mindestens 95 Welten. Wir haben die Wahl zwischen Realetten. Wir gouden die Umwelt genitalisiert wurden. Bis zum nächsten Mal.